Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute kommen wir zu einem Smartphone, das mir persönlich schon auf der IFA 2013 relativ gut gefallen hat und das einige von euch sehen wollten. Die Rede ist nämlich vom Alcatel OneTouch Idol X. Langer Name, was ist hier das Besondere? Für momentan etwa 280 bis 320 Euro bekommt man doch einiges an Hardware geboten. Wenn ihr den genauen Preis wissen wollt, gilt wie immer in der Beschreibung findet ihr einen Kauflink, da wird immer der aktuelle Preis relativ gut angegeben. Ich denke Amazon ist da ein ganz guter Richtwert. Wir beginnen natürlich wie immer zuerst mit dem Unboxing und sehen eine meiner Meinung nach recht schicke Verpackung. Das sagt natürlich relativ wenig über das Gerät aus, aber ich finde da geht es schon immer ganz gut los. Also ob die Verpackung gut ausschaut, das ist natürlich Geschmackssache. Wir sehen hier auf der Vorderseite Alcatel OneTouch Idol X. Hier unten steht dann nochmal Smart Move, genauso hier an der Seite. Und auf der Rückseite finden wir in vielen verschiedenen Sprachen die Marke Alcatel, die wurde lizenziert, nämlich von TCT Mobile Limited. Das ist der Hersteller, das sind Chinesen, die das Gerät hier herstellen und die haben eben die Marke Alcatel lizenziert. Bin ich sehr, sehr gespannt auf das Gerät. Wie gesagt, es hat mir ganz gut gefallen, vor allem vom Design her und vom Display her. Ich hoffe, dass sie das halten können. Wir durchtrennen hier jetzt mal das Siegel und zwar einmal links, einmal rechts und dann hoffe ich, dass die Verpackung aufgeht. Ja, dann kann man das Ganze hier so einfach runter sliden und dann kommt uns auch gleich schon das Objekt der Begierde hier zum Vorschein. Ich hoffe, ich mache das richtig, nämlich das Alcatel OneTouch Idol X. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Hier in der schönen Farbe Rot. Ich habe Rot bekommen, freut mich ziemlich. Das Ganze gibt es auch noch in Gelb und in Grau. Kein Schwarz, kein Weiß. Finde ich ganz cool, etwas Farbe ins Spiel zu bringen. Macht Nokia schon lange so, machen viele andere Hersteller nun auch so. Eben auch Alcatel, wie gesagt, meiner Meinung nach eine coole Idee. Ansonsten haben wir hier noch zwei so Trays. Die legen wir mal zur Seite. Wir sehen hier auch noch einige wichtige oder weniger wichtige Kärtchen und natürlich die Bedienungsanleitung, das Quickstart Guide, sollte man sich immer durchlesen, wenn man möchte oder eben nicht. Ansonsten finden wir hier auch noch unser Modular. Das erinnert etwas an das von HTC. Hier steht aber Alcatel drauf. Das legen wir mal zur Seite. Ansonsten bekommen wir natürlich noch ein ganz klassisches USB auf Micro-USB-Kabel. Auch Alcatel bzw. TCT setzen hier auf den Standard. Ziemlich lobenswert, wenn ihr mich fragt. Das lege ich hier auch mal zur Seite. Und last but not least haben wir hier auch noch ein Headset. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das sind In-Ear-Kopfhörer, sind in Schwarz gehalten. Das sehen jetzt nicht besonders hochwertig aus, aber auch nicht besonders billig, wenn man bedenkt, dass man das Ganze eben hier kostenlos dazu bekommt. Werde ich testen, bin ich auch schon gespannt, wie die klingen. Ja, das war es vom Lieferumfang. Relativer Standard. Also Kopfhörer gibt es dazu, aber recht viel mehr auch nicht. Ich würde sagen, wir schauen uns dann noch das Gerät genauer an. Und damit kommen wir jetzt endlich zum Alcatel OneTouch Idle X. Noch hier in der Folie, da wollen wir es gleich mal rausholen. Und dann haben wir hier nochmal eine Folie, nämlich zum Schutz des Displays. Hier stehen nochmal die wichtigsten Marketing-Eigenschaften drauf. Die gehen wir aber im Laufe des Videos noch durch. Aber ich hoffe, ihr habt diesen Sound gehört. Das ist ja immer das Schönste an einem Unboxing, oder? Ja, ich würde sagen, wir beginnen direkt mit den Abmessungen. Das OneTouch Idle X misst nämlich 140,4 x 67,5 mm und ist vor allem nur 6,9 mm dünn. Und ich muss sagen, das ist schon sehr, sehr dünn. Also es fällt auch sofort auf. Gefällt mir ziemlich gut. Bin dann gespannt, ob es trotzdem noch gut in der Hand liegt. Das wird dann natürlich der Praxistest zeigen. Was Alcatel auch bewirbt, sind die wirklich sehr, sehr dünnen Display-Ränder. Das sieht man hier jetzt ganz schlecht, weil das Display aus ist. Werden wir später noch genauer sehen. Dafür ist der Rand hier oben meiner Meinung nach ziemlich groß. Hätte man dünner gestalten können. Aber wie gesagt, zumindest die an den Seiten sind sehr, sehr dünn. Das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Hier unten haben wir dann die touch-sensitiven Tasten für Zurück, für Home und für Menü. Beziehungsweise dann wahrscheinlich auch noch Multitasking. Hier oben haben wir die Hörmuschel, eine 2 Megapixel Frontkamera sowie die ganzen Sensoren. Das Display wird von Dragon Trail Glass geschützt. Und das Gerät wiegt 130 Gramm, ist damit also eher leicht. Und wie gesagt, so vom Ersteindruck her liegt es meiner Meinung nach sogar ganz gut in der Hand. Bin ich aber wie gesagt noch eher drauf gespannt, wie sich das dann im Alltag schlägt. Wir haben hier ein 5 Zoll großes IPS-Display, das mit Full HD, also 1920x1080 Pixel auflöst. Das ist also ein sehr, sehr ordentliches Display, wenn man bedenkt, dass das Gerät eben relativ günstig ist. Dadurch kommen wir dann auf eine Pixelsicht von 441 Pixel per Inch. Wie gesagt, auch noch eine 2 Megapixel Frontkamera. Wir wollen uns das Gerät jetzt von der Seite etwas genauer anschauen. Und da fällt auch schon gleich auf, wir haben auf der linken Seite den Einschub für eine SIM-Karte. Wieso steht hier SIM 1? Nun, beim Alcatel OneTouch Idol X handelt es sich um eines der ersten Tua-SIM-Geräte für Deutschland. Vor allem um eines der ersten Tua-SIM-Geräte mit einem Full HD-Display. Alcatel bringt das auch auf den deutschen Markt, finde ich ziemlich cool. Auf der Unterseite finden wir dann den Micro-USB-Anschluss sowie ein erstes Mikrofon. Auf der rechten Seite dann die lauter Leiserwippe, die ganz gut verarbeitet zu sein scheint. Daneben dann eben SIM 2 steht hier drauf, also der zweite Einschub für eine solche SIM-Karte. Wie gesagt, finde ich alles ziemlich cool. Der Rahmen sieht übrigens so aus, als bestünde er aus gebürstetem Aluminium, ist aber Kunststoff, wirkt aber ziemlich wertig. Auf der Oberseite dann der Power-Button, für den gilt ähnliches wie für die lauter Leiserwippe. Und daneben dann der 3,5 mm Klinkenanschluss. Und damit wären wir jetzt bei der Rückseite angelangt. Wie gesagt, ich habe hier das rote Modell bekommen. Wir haben auch hier immer noch eine Folie drauf. Die wollen wir jetzt mal abnehmen. Hier steht schon das Wichtigste drin, wie man die SIM-Karten einlegt. Diese Abdeckungen an der Seite sind übrigens magnetisch, hat man meiner Meinung nach ganz gut gelöst. Auch in Sachen Zukunftssicherheit, also weil man eben garantieren möchte, dass die Karten nicht irgendwann einfach nicht mehr funktionieren, nicht mehr halten. Ich hoffe, die Farbe kommt jetzt im Video genauso gut rüber, wie sie hier wirkt. Sie wirkt nämlich meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr geil. Es ist kein irgendwie peinliches Rot. Also das sieht genauso aus wie bei den Nokia-Geräten in etwa. Aber nicht bei denen, die in Glossy gehalten sind, sondern eben bei denen, die in Matt gehalten sind. Das hier ist auch mattes Rot, wirkt meiner Meinung nach sehr, sehr hochwertig, hat hier auch so eine leichte Soft-Touch-Beschichtung. Das sollte für einen guten Grip sorgen und sieht meiner Meinung nach eben echt toll aus. Auch das gelbe Gerät wirkt auf den Bildern sehr, sehr schön und natürlich auch das graue oder silberne Gerät, je nachdem, wie man das sehen möchte. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr cool, dass Alcatel da so viele Farben mit ins Spiel bringt. Wir haben auf der Rückseite außerdem eine 13,1 Megapixel Hauptkamera, also auch eine recht hohe Zahl. Hier natürlich noch die Foto-LED, ein weiteres Mikrofon, der One-Touch-Schriftzug und der Lautsprecher, auf den bin ich auch schon ziemlich gespannt. Und wir haben einen 2000 mAh starken Akku. Meiner Meinung nach im Vorfeld dürfte das einer der größten Nachteile dieses Smartphones sein, denn 2000 mAh sind nicht besonders viel. Wenn man das so hört, bei einem 5 Zoll Full-HD-Display dürfte das ziemlich knapp werden. Leider ist der Akku auch fest verbaut. Der 16 GB große Internetspeicher kann auch nicht erweitert werden, ist ein weiterer Nachteil. Übrigens, ihr habt hier ab Werk, wie gesagt, 12,7 GB nur zur Verfügung von diesen 16 GB. Das muss man ja auch immer erwähnen. Aber dafür habt ihr eben ein Dual-SIM-Smartphone, wo zwei Micro-SIM-Karten hineinpassen. Wir drehen das Ganze jetzt gleich mal um und betätigen den Power-Button für ein paar Sekunden. Der ist übrigens oben platziert, wie ihr hier gesehen habt. Und wir hoffen, dass das Gerät hochfährt. Wir sehen iCartel OneTouch Idle X und während das Gerät hochfährt, gehen wir wie immer die restlichen Daten durch. Wir haben hier als Plattform Android 4.2 Jellybean mit iCartels hauseigene Benutzeroberfläche. Die werden wir uns im Review noch genauer anschauen. Ansonsten haben wir als SOC den Mediatek MT6589+. Ein Quad-Core-Prozessor, eher unbekannt, mit 1,5 Gigahertz je Kern. Auf dessen Performance bin ich auch ziemlich gespannt. Da kann man natürlich nicht so eine Performance wie zum Beispiel beim Qualcomm Snapdragon 800 erwarten. Aber das wird natürlich trotzdem interessant. Ansonsten 2 GB RAM und HSPA+. Kein LTE, aber eben bis zu 42 MBit die Sekunde im Download. Und Bluetooth 4.0. Was man hier auch schon ganz gut sieht, sind die meiner Meinung nach sehr, sehr dünnen Displayränder hier an den Seiten. Das wirkt schon ziemlich beeindruckend. Die Ränder unten und oben sind ziemlich groß geraten. Aber das an den Seiten wirkt schon echt toll, wenn ihr mich fragt. Ja Leute, das war auch schon wieder das Unboxing des iCartel OneTouch Idle X. Auch zu diesem Gerät folgen natürlich wieder zahlreiche Videos. Wie immer gilt, wenn ihr was Spezielles sehen wollt, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Ich werde versuchen, das Ganze umzusetzen. In diesem Sinne hoffe ich natürlich wie immer, das Video hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschau. Bis zum nächsten Mal.